Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 434 Ströme lebendigen Wassers Teil 2 Jesus ist im Tempel Johannes Kapitel 7, Vers 37 An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke Das ist die Einladung des Messias an jeden, der Durst hat Durst auf Leben, auf Sinn, auf Hoffnung und auf Vergebung Hier ist die Quelle der Rettung, von der Jesaja spricht Hier ist der zweite Mose, der lebendig machendes Wasser gibt wo die Priester nur die immer gleichen, selbsterdachten Rituale anzubieten haben Und das Angebot des Messias geht noch weiter Er will nicht nur den Durst auf wahres Leben und Rettung stillen Er will jeden Glaubenden zu einer Quelle lebendigen Wassers machen Johannes Kapitel 7, Vers 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen Wir wissen nicht genau, ob der Herr Jesus hier an eine einzelne Stelle denkt Wenn er formuliert, wie die Schrift gesagt hat Oder ob er vielleicht eher das prophetische Gesamtzeugnis im Blick hat Aber sucht man eine einzelne Stelle, dann wird es wohl Jesaja 58, Vers 11 sein Dort wird über den Gerechten formuliert Jesaja 58, Vers 11 Und beständig wird der Herr dich leiten Und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre Und deine Gebeine stärken Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten Und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt Der Gerechte ist einer, der an Orten der Dürre gesättigt wird Und der selbst wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell sein wird Lasst uns das bitte gut verstehen, was hier ausgesagt wird Wer an mich glaubt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen Die Einladung, die Jesus ausspricht, ist also eine Einladung zum Glauben Wenn er im Vers davor davon spricht, dass jemand kommen und trinken soll Dann sind das Bilder fürs Vertrauen, fürs Glauben Und dieser Glaube macht lebendig Aus geistlich toten Menschen werden Lebendige Oder um im Bild zu bleiben Aus dürren Orten wird ein bewässerter Garten, ja eine Wasserquelle Johannes Kapitel 7, Vers 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen Gott stillt also nicht nur den Lebensdurst eines Menschen durch den Glauben Er verwandelt den Gläubigen Aus einem, der Durst hat, wird jemand, der selbst zu einer Quelle wird Aus einem Bedürftigen wird ein Satter, der Überfluss hat und abgeben kann Aus einem, dem Segen fehlt, wird jemand, der zum Segen wird Das ist Gottes Vorstellung von Leben Nicht einfach nur genug haben, um irgendwie vor sich hin zu leben Sondern mehr als genug haben, um abgeben zu können Um andere satt zu machen Und ihren Lebensdurst zu stillen Warum ist mir persönlich dieser Gedanke so wertvoll? Ganz einfach, weil ich heute immer wieder auf Christen stoße Die alles andere als ein bewässerter Garten sind Und aus denen auch nicht sonderlich viel Ströme lebendigen Wassers fließen Ich frage mich schon, woran das liegt Es kann ja kaum am Herrn Jesus liegen Und daran, dass er seine Verheißungen in uns nicht erfüllt Wir sind mit den Worten des Apostels Paulus in Christus zur Fülle gebracht Woran liegt es dann, dass Worship-Lieder und geistliche Übungen Hochkonjunktur haben Die sich nach einem Mehr an Erfahrung Einem Mehr an Kraft und Leben und Fülle ausstrecken Wenn ich diese Frage beantworten müsste, würde ich auf drei Dinge tippen Erstens auf eine unrealistische Vorstellung davon, was es heißt, als Nachfolger Jesu in einer nichtigen Welt zu leben Oft genug werden auch von Christen Leid und Ablehnung und Ängste als etwas Fremdes angesehen Und dabei sind uns doch genau diese Dinge verheißen Zweitens habe ich manchmal den Eindruck, dass Christen nicht mehr wissen, wie der innere Mensch durch einen inspirierenden Umgang mit dem Wort Gottes Und dem Gebet in Gott ruht Ich kann das nur für mich sagen Ich brauche dieses Ruhen in Gott Durch das Nachdenken über die Bibel Und durch ein Gebetsleben, das sich am Vaterunser ausrichtet Um im Hören auf Gott Und im Reden mit Gott Genau den Input zu bekommen Der mich zu einer Quelle für andere werden lässt Und dann ist da drittens, ganz banal, noch ein Mangel an guten Werken Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr sich auch gläubige Christen nach einem guten Leben ausstrecken In dem dann recht wenig Platz für gute Werke bleibt Und das ist desto verwunderlicher, als der Herr Jesus den Werken, die wir tun Als Ausdruck unseres Glaubens ganz viel Aufmerksamkeit schenkt Mehr Aufmerksamkeit, als das protestantischen Gläubigen heute bewusst zu sein scheint Wenn ich den Eindruck hätte, ein defizitäres geistliches Leben zu führen Dann würde ich mein Augenmerk auf diese drei Punkte lenken Realismus, Ankommen bei Gott und gute Werke Aber kommen wir zurück zu Jesus Wie macht Gott das, dass wir für andere zum Segen werden? Antwort ergibt uns seinen Geist Johannes Kapitel 7, Vers 39 Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war Jesus spricht hier von Dingen, die für alle Zuhörer zukünftig sind Der Geist war noch nicht da Sprich, er war zwar grundsätzlich da Aber eben noch nicht auf die Weise, wie das ab Pfingsten der Fall sein sollte Ab Pfingsten ist der Heilige Geist das Geschenk, das Gott allen Gläubigen macht Ab Pfingsten ist der Heilige Geist ein im Gläubigen wohnender ihn leitender, ihn begabender und verändernder Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung Und diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist für die Gläubigen Die war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war Hier spricht Johannes zusammenfassend von dem Kreuz der Auferstehung und der Himmelfahrt Die Verherrlichung geht der Sendung des Geistes am Pfingsten voraus Was Jesus hier seinen Zuhörern verheißt, liegt in der Zukunft Erst die Verherrlichung des Messias, dann die Ausgießung des Geistes an Pfingsten Auf alle Gläubigen Und jetzt müssen wir eines verstehen Der Heilige Geist ist für die Juden vor allem ein Geist der Prophetie und der Inspiration So heißt es in einem Bußgebet, Nehmiah Kapitel 9 Vers 20 Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen Wenn wir uns also die Frage stellen, wie Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen Und wenn dieser Segen, zu dem wir für andere werden, mit dem Heiligen Geist zu tun hat Dann spricht viel dafür, dass der Herr Jesus daran denkt, wie der Heilige Geist die Gläubigen befähigt Zeugen des Evangeliums zu sein Erst macht im Bild das Evangelium aus unserem Leben einen bewässerten Garten und dann eine Quelle Erst werde ich durch die Begegnung mit dem Evangelium satt Und dann gebe ich, was mich satt gemacht hat, unter der Leitung und in der Kraft des Heiligen Geistes weiter Erst kommt meine Errettung durch das Evangelium und dann folgt die Berufung Die Berufung dazu, ein Botschafter genau dieses Evangeliums zu sein Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wo du mit deinem Leben für andere zum Segen wirst Und wo du dich vielleicht zu viel um dich selbst und deine Vorstellung von einem guten Leben drehst Das war's für heute Ein Tipp Versuch doch mal einen Podcast in einem Hauskreis zu besprechen Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden Amen Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!